TECKNO-MENSA TECKNO-MENSA, TECKNO-MENSA, das hat mir erstmal gar nichts gesehen. Am ehesten hätte ich mir unter dem Begriff vielleicht so was vorgestellt. Halleluja, das macht der Marco auch noch barfuß auf dem Asphalt. Unfassbar. Aber ich schweife ab. Beim französischen Spielstudio Spiders fallen zu Technomanzer ganz andere Sachen. Und die schauen wir uns jetzt an. Kurz. Wenn er nie was davon gehört hat, der muss sich nicht schämen. Technomanzer ist ein kleiner Titel. Mir hat er vor allem wegen einem Cyberpunk-Szenario interessiert. Ein Action-Rollenspiel mit Elektro-Zauberer auf dem Mars? Her damit. Ja okay, die Idee ist jetzt nicht ganz neu. Die Spider-Studios haben ja schon mal ein Game in dem Universum angesiedelt. Aber da wollen wir jetzt nicht Tüpfel schießen, wenn's passt. Oder? Nur leider passt mir abgesehen vom Setting nicht besonders viel. Technomanzer spielt bei der Features malen nach Zahlen. Du hast die Standards. Kategorie Dragon Age oder Mass Effect. Mehrere Skilltrees, große verwinkelte Level, computergesteuerte Companions und Craften kann man auch noch. Sogar Karma-System gibt's. Und unser Kala-Kurzschluss da hat neben Elektroshocks mehrere Kampfstile drauf. Kann man jederzeit wechseln. Blöd nur, dass man im Technomanzer das begrenzte Budget auch sieht. Für die Last-Gen-Grafik ist die Welt eh noch ziemlich schön designt. Halt arg leer. Du läufst sinnlos Kilometer ab. Bei der Animation ist auch gespart worden. In der Gesichter bewegt sich aus dem Mund so viel wie am 8 in der Früh im Völkera-Stadtverkehr. Gar nix. Aber das stört mich nicht. Ohne, dass sich die Story zieht oder die Companions dumm wie Brot sind. Was mich stört, ist die Steuerung. Die läuft einfach nicht rund. Auswecher ist Glückssache. Und jeder Kampf an Krampf. Das macht das Spielspaß kaputt. Sorry Technomanzer. So hört's nix mit uns. Und es liegt auch nicht an mir. Es liegt an dir. Wer mit dem Tyler Gaude hobbel muss entweder ein beinharter Cyberpunk-Fansy oder sich gern selber quälen. Ein typischer Sommerloch-Füller halt. Merci fürs Zuschauen. Man sieht sich auf Vorarlberger Online.